so willkommen leute willkommen zurück part 2 so wie ich gemerkt habe im letzten stream da hatten wir ein paar ruckler ich habe den fehler gefunden in der zeit wo ich den fehler gesucht habe entschuldigung schluck auf oder egal in der zeit wo ich den fehler gesucht habe habe ich ein paar sachen gefunden ohne witz wir werden gleich noch ein paar sachen holen warte mal wofür haben wir jetzt ach so ja genau wir müssen ja noch in das eine haus aber bevor wir da jetzt reingehen lege ich erst mal die ab den schlüssel brauchen wir erst mal auch nicht wir müssen jetzt warte mal genau in der zeit wo ich getestet habe habe ich mal diese komischen pillen genommen und sie mal da da hinten munition sehr nice dann habe ich noch was entweckt obwohl wir das hier ja schon aufgesammelt hatten liegt es noch mal hier reparatursatz der hammer so dann haben wir noch was na 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 komm aufstehen noch mal kraut einen dietrich ich hoffe ich finde es jetzt okay wieso die tür jetzt offen war und zu weiß ich jetzt nicht ne warte mal wir sind total falsch wir sind total falsch wir müssen auf jeden fall gleich noch ein paar sachen holen komm 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 ich hoffe der stream läuft jetzt flüssiger hier war das irgendwo hier war das genau und ich glaube hier irgendwo lag auch da brennstoff brenner kraftstoff so das waren die sachen die ich noch übersehen hatte aber es sind noch viel viel mehr sachen ach genau noch eine sache im wohnwagen ich habe jetzt nicht alles durchsucht das war einfach nur zufällig beim testen moment wer hätte das gedacht guck mal hier oh bam das meine ich genau das meine ich so wartet mal wie war das nochmal v er müsste glaube ich erstes geschoss ja hier da muss ich hin da brauche ich jetzt erstmal den dietrich den wir gefunden haben sorry dass ich nochmal zurück laufe aber was da jetzt drin war weiß ich jetzt gar nicht da müssen wir hin genau flink munition sehr schön 14 schuss hier war glaube ich jetzt gar nichts mehr man muss wirklich jeden scheiß ecke diesmal durchsuchen sonst war hier glaube ich gar nichts ok wir müssen auf jeden fall zurück zum häuschen die mutter haben wir ja erledigt genau da müssen wir zurück alles einsammeln das hatten wir letztens übersehen so was haben wir denn jetzt wir haben kraut einen können wir basteln sehr gut die hatte ich genommen psychotonik genau so hießen die pistolen munition habe ich ja 30 plus 7 so haben wir den flüssigen chemikalie rüber oder starke flüssige chemikalie noch besser flammgranaten flammgranaten spaltmittel so kombinieren wir kombinieren erstmal einen davon fest pill nervengiftgranaten aha ok denke ich mal brauchen wir nicht so 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 ok 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 das werden wir wohl brauchen diesen die sind gar nur berg geht jetzt mal ohne witz hatten wir den schon gefunden oder nicht ich meine mich zu erinnern dass wir den schon mal gefunden hatten er erste hilfe ja den granatenwerfer so dann hätten wir eigentlich theoretisch alles oder ah nee quatsch den können wir ja noch ablegen ich meine noch brauchen wir den nicht so wie war das jetzt mal mit der waffe vier ja ich muss mir erstmal wieder ein bisschen klarkommen so und ich hab noch ein geheim äh äh kann man so sagen hier da müssen wir irgendwas drauflegen damit hier anscheinend ich weiß nicht irgendeine zahl rauskommt ich hab schon wirklich lässt sich nicht öffnen ich hab schon wirklich alles versucht wer ein kleiner tipp hat ja ich könnte mir schon vorstellen was das sein könnte zum beispiel wir nehmen jetzt hier die waffe oder sowas dann legen wir die waffe hin seht ihr ich hab schon die waffe versucht aber irgendwie seht ihr ist alles falsch so und so habe ich schon versucht aber wisst ihr was ich meine ich hab wirklich schon alles versucht alles beim test stream so ja so geht die nicht auf okay egal okay wir gehen jetzt nochmal in das häuschen rein und durchsuchen nochmal alles ein zwei fünf plätze kann sein dass wir noch ein paar mal hin und her rennen müssen boah ich freue mich wieder das spielen haben wir das scheint auf jeden fall das scheint auf jeden fall diesmal flüssiger zu laufen auf jeden fall das ist ein kleines häkchen ein kleines verficktes häkchen okay 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 ich glaube hier waren wir ja ich glaube unten hatten wir alles durchsucht nur oben noch nicht kann ja sein an der anderen seite verschlossen boah die mutter hier das war widerlich widerlich aber geil gemacht geil gemacht so was hatten wir hier festbrennstoff ich glaube hier müssen wir ne hier nicht runter ich glaube hier müssen wir glaube ich runter um in den anderen raum zu kommen kann das sein wir gucken gleich mal oder hier rein ne so ein paar sachen mussten wir ja noch sammeln na komm wenn man diese pillen nimmt ne diese diese was ich gerade gesagt hatte ich vergiss immer wieder wie die heißen dann sieht man einfach viel viel mehr ok den hatten wir ja schon durchsucht was war denn hier noch zu holen ok dann gehen wir mal rüber genau Pistolenmunition war da noch jetzt war hier aber auch gar nichts glaube ich Supo ist das der eine Raum hier ah der eine Raum hier sehr schön brenntingspunkt Chemikalie drei Plätze haben wir noch für den Fall der Fälle ok irgendwas nützliches Gewächshaus Ja, das war so mehr können wir nicht nehmen können wir jetzt noch was finden haben wir Pech gehabt nochmal flüssige Chemikalie Ich dachte schon Sonst ist hier gar nichts echt schade So, jetzt haben wir das auch entrügelt Komm, diese flüssige Chemikalie hole ich auch nochmal Ja, man will ja auch alles vorbereiten Warte mal, ich hätte doch jetzt Ach du bist doof, ehrlich Wir hätten doch sofort kombinieren können Ja, dann hätten wir auch die anderen zwei noch mitnehmen können So, wo war die jetzt nochmal? Sergi, danke für dein Verlohn, sehr nett So, hier war die flüssige Chemikalie So, irgendwas hatten wir noch Was hatten wir jetzt noch? Sonst gar nichts mehr Sonst hat man jetzt gar nichts mehr Sonst hat man jetzt gar nichts mehr Höfscht Höfst